Grüß Gott, ich bin Live-Coach Dr. Waltraud Berle und will Ihnen heute am zweiten Weihnachtsfeiertag 2022 mir sagen, was der Unterschied ist zwischen Psychotherapie und Coaching. Auch beim Coaching geht es um tiefen psychologische Veränderungen, die notwendig sind, damit wir unser Leben gestalten können, Ziele setzen, die relevant sind und damit wir die Wege entdecken, sie zu erreichen. In der vorigen Woche habe ich erlebt, dass einer meiner Klienten in ein emotionales Liebeskummerloch gefallen ist. Und da hat er so rumgejammert und dann habe ich gesagt, jetzt langsitzen Sie sich in Ihren Porsche, nehmen Sie den Arsch hoch, nehmen Sie den Kopf hoch und fahren Sie hierher. Das hat er gemacht. Beim Autofahren war er wieder in seiner männlichen Erwachsenenenergie und schon war der Zustand der kindlich regressiven Trauer weg. So muss man es machen, um Freude zu verbreiten. Frohe Weihnachten!